Hallo und herzlich willkommen in Falkenstein. Hallo und herzlich willkommen hier in Falkenstein. Ja, ähm, ein bisschen hat uns der Wahnsinn erwischt. Wir haben das Silo umgebaut, oder wir bauen das Silo um. Tja, das schöne Silo wird jetzt zum noch schöneren. Ja, ich mach gleich mal einen Screenshot, damit man auch den Fortschritt dann sieht. So, ähm, mir ist aufgefallen in der letzten Folge, dass wir unten gar keinen Keller brauchen eigentlich. Brauchen wir schon für den Wartungsgang. Sonst kommen wir hier nicht hin, ne, ist klar. So, das System ist jetzt hier vollzogen. Das gleiche müssen wir hier denn auch nochmal, früher oder später, das können wir uns frei entscheiden. Das ist das Gute daran, wir können es einfach erweitern, wenn wir Bock haben. Ich hab auch schon ein paar Sachen aufgeschrieben, welche wir zum Beispiel dort einlagern können. Wir könnten dann Cobblestone und Stone, Sand und Dirt, oder Sand und Kies und Dirt. Und dann bräuchten wir halt quasi noch einen sechsten, weil wir haben ja drei großen Silo Stunt und können in jedem Silo zwei Rohstoffe lagern. Sand, Kies, Dirt, vielleicht machen wir auch zweimal Dirt. Mal gucken. Äh, Redstone-Lampen, genau. Wir waren auf der Suche nach Redstone-Lampen. Dirt, hier haben wir keinen, das weiß ich. Allerhöchstens, wobei, warte mal, vielleicht haben wir doch welche hier. Haben wir eigentlich alle eingesammelt, ne? Ja. Ja, wir haben alle eingesammelt. Jo, und jo. Ähm. Ey, was soll denn das? Was soll ich mit so einem kleinen Futzelbaum? Ah, ich bin ja auch ein Depp, ne? Ich hab vergessen. Sorry, Baum, dafür kannst du nichts, aber... Es tut mir leid, Baum. Eins, zwei, drei. Mein vergessen hier. Mann. So. So, und wenn du jetzt noch, äh, fleißig ein, einfallen lassen würdest, während ich hier mal gucke. Äh. Äh. Das schreibt nach einer Redstone-Tour. Äh, Redstone-Tour. Hast du schon einfallen lassen? Ja. Dankeschön. Dankeschön. So. Lass dir ja nicht einfach jetzt zu wachsen. Ähm, wir gehen mal... Ähm, wir gehen mal... Ach, Quatsch, da brauchen wir gar nicht hingehen, weil wir können ja direkt zu unserem... unserer Endertrui hier am Lager gehen. Nicht wahr? Sag mal, wo sind eigentlich alle? Was macht ihr hier? Okay, da ist einer. Wo treibt sich der Rest um? Hier treibt sich der Rest um. Eins, zwei... Oh, das sind aber wenige. Äh, was ist mit dir? Waffenschmied? Gerber? Schäfer? Naja, ihr macht das schon. Ja, wenn ich mich nicht irre, dann habe ich mit dieser Folge alle Folgen für die komplette Woche im Kasten, wobei vielleicht veröffentliche ich auch Montag, äh, Samstag, Sonntag, weil ich ja gerade dort nicht aufnehme, müsste ich eigentlich ein, ein Reserve-Projekt haben, ne? Vielleicht veröffentliche ich auch, äh, oh nein. Okay, wir konnten uns aber irgendwo Redstone, äh, Redstone, Glowstone erhandeln, ne? Zehn, zehn werden nicht reichen. Smaragde. Wir erhandeln uns jetzt einfach ein bisschen Glowstone, denn ich möchte zumindest eine Reihe fertig kriegen damit. Und zwar bei dir. Wobei, du bist eine Schäferin oder sowas, ne? Hallo, schöne Frau. Pfeilmacher. Boah, guck mich doch nicht an. Vielleicht glatt gerne ins Auto kommen. Hier, ihr. Ihr seid genau... Warum steht denn hier alle so rum? Was? Ih, Ferkel. Äh, ein für ein Glowstone. Gibt es noch ein anderes Angebot für irgendwie mehr? Gibt es hier noch... Hast du mehr? Ne, ne? Du? Ne, du bist ein Schäfer. Hallo, sie. Ein und wirklich drei. Wusste ich doch. Lass mich doch nicht linken, ne? Gleich nochmal hier. Ne, äh, Redstone will ich nicht. Ja, das sieht schon besser aus. Bum, 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 bum. Nochmal? Das ist gut, wenn du sowas noch machen willst. Das finde ich sehr gut. Möchtest du nochmal ein bisschen handeln? Wir könnten... Oh, 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 oh. Das ist sehr unfreundlich von dir. Meine Dame. Jetzt aber. Danke. Mensch, guck mal, wie viel... Oh. Möch. Tja, der hat einen Kuss verdient. Der hat uns nämlich sehr aus der Patsche geholfen. Jetzt haben wir wieder 64 und 66... Oh, Mensch, das ist ja... Wie viel sind 36 und 64? 100, genau. Jetzt haben wir 100... Okay, dann haben wir ja fast alle Lampen, die wir brauchen. Geil. Geil. Redstone brauchen wir mal, ne? Und wir brauchen die... Werkbank. So, wie war das jetzt? So, so, so. Ne, das war in der Mitte ein Glosson, ne? Und dann so, ne? Genau. Dann machen wir es mal so. Dann machen wir hier noch ein bisschen sowas von draus. Und sowas. Und so. 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 Ja, jetzt komm, stell dich mal nicht so an hier. Sei mal nicht so ein Mädchen. Zack, 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 zack. Machen wir 36. Dann verarbeiten wir das hier auch noch zur Redstone. Machen wir hier so, 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 so. So. So, 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 so. So, so, so. Okay. 61. 61 reicht uns erst mal. Blub. Haben wir noch 39. Mensch, was ist los hier? Okay. 61. Dann machen wir jetzt den Turm soweit erstmal in die Höhe fertig, ne? Höhe, wir machen den Turm fertig. Höhe. Witzig. Ja, ihr seid ja witzig heute. Wir brauchen mal ein bisschen. So, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das und das hier. Okay, was auch immer das gerade für ein Geräusch war. Ich möchte es nicht wissen. Und Windows? Du kannst mich. Hellgrau gefärbt da. Perfekt. Hellgrau. Das ist hier da. Welt der Diorite, Diorite, Diorite. Oder Quarz. Hellgrau, 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 hellgrau. Ich denke, das hellgrau reicht. Oh, und uns gab Musik. Oder? Den, 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 den. Wir werden uns wahrscheinlich beide Beine brechen, aber das macht überhaupt nichts. Hellgrau, ne? Ja, der sieht natürlich ein bisschen lasse aus. Da müssen wir noch ein bisschen was machen, ne? Die könnten wir theoretisch irgendwie auch anpassen, oder? Ich habe leider keine Ahnung, wie hoch wir jetzt sind, ne? Unser extremer Vorteil ist, dass wir dadurch viel mehr Platz kriegen. Um nicht zu sagen, doppelt so viel. Okay, also, wie viel haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Richtig? Ich sehe es nicht. Probieren wir es aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, wir haben hier fünf. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt auf zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, zehn. Dann haben wir 20 Stück an der Zahl. Und das, wenn das nicht reicht, ne? Dann, ähm, wenn wir alles, was dann in Überfluss ist, das ist ja der Vorteil in einem System. Wenn das System so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann können wir alles reinschmeißen. Und wenn irgendwann die Silos voll sind, dann läuft das alles über. Und es läuft nicht über, sondern wird einfach weg. Weg. Ist dann halt weg. Verschwindet. Vielleicht werde ich da irgendwie Müllhammer oder sowas dran bauen. Auf jeden Fall ist es dann halt weg. Weg. Und ich bin allein, allein. Und es bleibt wieder Nacht. Nacht. Das finde ich gar nicht so fein, fein, fein. Und ich habe kein Bett. Denn das Bett ist weg. Es wird uns wehtun. Aua. Na gut, dann essen wir mal einen Apfel. Und dann gehen wir schlafen, ne? So. Gute Nacht. Ich war gerade ein bisschen weit weg vom Mikrofon. So. Okay. Jetzt trinke ich noch einen Schluck. Jetzt überlege ich gerade. Ich trinke in letzter Zeit Apfelwasser. Seitdem bin ich wieder krank. Allergie gegen Apfelwasser. Kann das sein? Ich würde es ja nicht, ich möchte es ja nicht hervorbeschwören, aber... Ähm... Nein. Das kann nicht sein. Hallo. Hier möchte ich haben. Und dann kann man hier wieder hoch, ne? Zack, zack. Okay. Und dann geht es hier 1, 2, 3. Zack, zack. 1, 2. Oh, es wird ganz schön hoch, das Silo, ne? Aber nicht höher ist das andere, glaube ich. Im Grunde hätte ich nur 2 Seiten abreißen müssen. Fällt mir gerade auf. Weil die anderen beiden hätte ich ja verlängern können. Das macht nichts. Das ist okay. So, 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 und so. Genau. Jetzt sind wir wieder so hoch. Jetzt möchte ich das aber dann hier oben auch abgeschlossen haben. Dann mache ich das so, ne? Ich hoffe, das ist jetzt auch richtig so, wie ich das hier mache. Ja, doch. Sieht gut aus. Das ist ein höher, oder? Ne, eigentlich nicht. Jetzt müssen wir wieder runter und die Thun-Technik bauen, ne? Aua. Nichts passiert. Geht mir gut. Keine Trichters. Keine Trichters mehr. Zack, zack. Hier nehmen wir wieder die normalen Truhen. Geht weiter hier im Trichterwerk, ne? Also im... Zack, zack. Trichter. Zack. So. Hier haben wir das Signal. Wir möchten das Signal wieder abgreifen. Also gehen wir wieder mit Stein. Dengan hier dran. Und... Dann kommt, äh... Warte mal, wir machen das nochmal direkt. Wir machen das direkt so weiter. Und die Musik ist irgendwie ein bisschen laut. Okay. Au. Das tat weh. So, 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 so. Genau. Hier greifen wir das hier ab. Und hier greifen wir es wieder hier ab. Und das gleiche machen wir hier oben. So. Zack, zack. Das heißt, hier kommt ein Komparator ran. Hier kommt ein Komparator ran. Hier kommt ein Komparator ran. Hier. Hier. Dann kommen jetzt hier Kisten. Truhen. Die normalen hier. Und die Redstone-Truhen. Hier. Ja, dann brauchen wir die Trichters, ne? Schiete. Keine Trichters. Au. Beide Beine gebrochen. Nur Peter Muffer. Ich bin von einem Teppich gerade gefahren. Für alle, die Peter Muffer ähnlich kennen, ist er nicht gerade die größte Person. Und ja. Theoretisch, wenn er von so einer kleinen Teppichkante hier fällt. Könnte er sich das Bein brechen. Nein, natürlich nicht. Vielleicht. Äh. Äh. Aber was fehlt doch hier. Was fehlt uns? What? Okay, es war gruselig. Äppels. 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 Pferde Äppels. Äh. Hier. So, wir werden jetzt Appel. Haben wir keine Brote hier? Haben wir ja nicht mal Redstone oder etwas? Oh nein, was ist das? Ne 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 redstone. So, jetzt aber ne. Jetzt funktioniert das mit den Trichtern. und Redstone Truhen oh mein Gott ist das teuer oh mein Gott 1, 2, 3, 4, 5 naja gut 14 das reicht das mal das Eisen hier wieder wegpacken Erde haben wir dabei das ist sehr gut dann können wir uns hier die Treppe ja klar wir können ja auch wir können ja auch über die Treppe was ist meine Treppe? was macht die Treppe hier? wir können ja auch über die Treppe hier rüber so jetzt können wir auch die Trichters anbauen die Trichters die waren dann so ne? hallo? so waren die hier hallo hier möchte ich die ran haben so genau und den hier so fantastisch dann Redstone Truhen nein wir möchten die normalen Truhe Redstone Truhe Truhe zack und zack und hallo lass mich in Ruhe hallo du blöde Elektrik so und so ja das ist natürlich jetzt eine Folge da wo nur viel Technik zu sehen ist aber bei Technik Fragen Technik Fragen ha ha Trichter Trichter genau und da muss ich mal gucken ähm das Leitungssystem ja die Trichter werden hier rein but okay ähm ich müsste lügen wenn ich jetzt sagen würde ich habe genau das so verstanden wie es auch sein muss aber ähm kriegen wir hin so das heißt die Reihe verdammt verdammt so die hat jetzt ihr Signal die darunter hat auch ihr Signal das heißt die kriegt jetzt auch ihr Signal und zwar von hier ne Redstone Truhen nicht da muss ein Trichter hin weil der Trichter muss ja gar nicht dahin der Trichter kann ja theoretisch von hier heilige Scheiße alter alter macht mich doch hier nicht so fertig ey oh oh man meine Güte so also nochmal will ich hier nicht runterfallen Freunde ne so das war ja natürlich jetzt sehr clever gewählt ähm könnten das allerdings natürlich auch wir machen das jetzt mal so und das Leitungssystem ist ja dann hier hinten ist jetzt die Frage wie mache ich das am geschicktesten hm es läuft denn durch wenn es durchläuft läuft es hier zweifach okay ähm jetzt kommt der schwierigere Teil wir schaffen heute gar nicht mehr ne ne aber wir können das vorbereiten wir können das vorbereiten und zwar habe ich euch ja in der Testwelt in dem was heißt in der Testwelt ich habe euch ja in der in der einen Welt wo ähm ich mal gespielt habe habe ich euch mal was gezeigt und das werde ich jetzt bauen dieses Sortiersystem aber wenn ich da mit durcheinander komme brauche ich dafür spezielle Wolle spezielle Wolle heißt rote Wolle Redstone ich komme gerade okay das passt ähm ja zeige ich das jetzt noch nö ne ich werde jetzt schlafen gehen und dann würde ich einfach sagen sehen wir uns beim nächsten Mal ne in diesem Sinne tschüss und äh bis dahin haltet die Ohren steif tschüss bis 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 die ohren bis 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 to bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020